Die Sechsfüßer oder Hexapoder bilden einen Stamm innerhalb der Gliederfüßer, der Arthropoder. Rein philogenetisch handelt es sich bei den Hexapoder bzw. Insekten um eine Gruppe hochspezialisierter Krebstiere. Krebstiere als solche sind allerdings morphologisch sehr unterschiedlich zu den Hexapoder und werden deshalb in einem eigenen Video behandelt. Das heutige Präparationsobjekt ist die Madagaskar Fauchschabe Chromfadorina portentosa. Als alternatives Präparationsobjekt kann beispielsweise die amerikanische Küchenschabe gewählt werden. Piere Planeta Americana. Die Madagaskar Fauchschabe ist eine Schabe aus der Familie der Blaberidae. Die Art wird oft in Terrarien gehalten. Sie ist ein vielfach eingesetztes Versuchstier für ethologische und entwicklungsbiologische Studien. Es handelt sich um eine große Schabenart mit einer Körperlänge etwa zwischen 45 und 88 mm. Die abgeplatteten, flügellosen Tiere sind von rotbräunlicher bis dunkelbrauner bis schwarzer Farbe. Das Halsschild Pronotum ist abgerundet trapezförmig, sein Vorderrand bedeckt in Aufsicht den etwas hängenden Kopf. Typisch für die Gattung sind neben den zahlreichen Tuberkeln zwei Knollen- bis hornartige Auswüchse auf dem Pronotum, zwischen denen eine Einsenkung von etwa rechteckiger Form sichtbar ist. Sie ist bei den Weibchen deutlich schwächer ausgeprägt als bei den Männchen. Das Verbreitungsgebiet der Madagaskar Fauchschaben ist Madagaskar, wo sie im für die Insel charakteristischen trockenen Dornwald bis hin zu halb immer grünen Regenwäldern lebt. Das kennzeichnende Merkmal der Euarthropoda ist die Gliederextremität, das Arthropodium. Euarthropoda umpassen die Krusterzehen, Selicerata, Myriapoda und Hexapoda. Hexapoda haben eine dreiteilige Gliederung des Körpers in die Thakmata Kopf aus sechs Segmenten bestehend, Thorax aus drei Segmenten bestehend und Abdomen aus elf Segmenten bestehend. Die Gliederextremität der Hexapoda besteht von oben nach unten aus Coxa, Rochanter, Tibia, Tarsus und Prätharsus. Der Kopf der Hexapoda besteht aus sechs Segmenten und dem vordersten Teil, dem Akron. Der Kopf der Hexapoda trägt die Antennen und die Mundwerkzeuge sowie die Facettenaugen. Die Mundwerkzeuge sind das Labrum am ersten Segment des Kopfes, die Mandibeln am vierten Segment des Kopfes, die Maxillen am fünften Segment des Kopfes und das Labium am sechsten Segment des Kopfes. Das dritte Kopfsegment trägt keine Mundwerkzeuge, das zweite Kopfsegment trägt die Antennen. Die Mundwerkzeuge der Schabe sind vom Typ Weißentkauend. Einzelnd präpariert sieht man das Labrum, die Mandibeln, die Maxillen 1 und das Labium, ein Verschmelzungsprodukt aus den zweiten Maxillen. Die vorderen Teile der Maxillen und des Labiums bezeichnet man entsprechend als Maxillar- bzw. Labialpalben. Die Antenne ermöglicht das Riechen, Hören, Schmecken und Tasten und besteht aus dem Pedicellus, und den Geißeln, welche über lange Muskelstrukturen beweglich sind. Das Gefäßsystem der Hexapoda ist offen. Die Organe werden über Drachen direkt mit Sauerstoff versorgt. Das Blutgefäßsystem ist bis auf ein muskulöses Rückengefäß reduziert. Den vorderen thorakalen Abschnitt dieses Rückengefäßes bezeichnet man als Aorta, den hinteren abdominalen Teil als Herz. Die Muskulatur um das Herz, die sogenannte Flügelmuskulatur, erweitert das Herz und ermöglicht über Unterdruck den Eintritt von Hermonymphe. Ein Tracheensystem dient als Atmungsorgan bei den Hexapoda. Tracheen sind röhrenförmige Einstülpungen der Epidermis und somit ektodermaler Herkunft, die in das Körperinnere ziehen. Bei Oberfläche ist ein Stigmata durchzogen, den Atemlöchern. Durch diese diffundiert Sauerstoff in die Tracheen und gelangt durch Tracheolen und Tracheenendzellen direkt zu Organen und Gebeben. Es ist kein Sauerstofftransport über Hemolymphen notwendig. Die Tracheen sind von innen mit einer Chetim-Curticula ausgekleidet, die gehäutet wird. Vor der eigentlichen Präparation wird zunächst die äußere Organisation betrachtet. Deutlich zu erkennen sind die drei Beinpaare, die Antennen und die Gliederung in die drei Tagmatak, Kopf, Thorax und Abdomen. Der Kopf ist nach unten und hinten gerichtet, sodass von oben her nur eine Scheitelregion zu sehen ist. Die große, auf dem Kopf folgende Platte, das Halsschild, bildet die Rückendecke des ersten Thorax-Segments, des Prothorax. Sie ist die Rückenplatte bzw. das Tergum des Prothorax und wird als Pronotum bezeichnet. Der Kopf trägt beißend kauende Mundwerkzeuge. Auf den ersten Blick lassen sich vor allem die Maxillen und das Labium erkennen. Der erste Präparationsschritt ist das Abtrennen der Gliederextremitäten mit einer feinen Schere an der Basis der Coxa bzw. der Hüfte. Dazu die Beine am besten einzeln zwischen die Finger nehmen und mit der Schere in der anderen Hand vorsichtig abschneiden. Die Beine werden zur späteren Betrachtung aufgehoben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Antennengeißeln lassen sich eindeutig die artspezifischen Knollen bzw. hornartigen Auswüchse erkennen mit rechteckiger Absenkung zwischen diesen Strukturen. Die Antennengeißeln sind deutlich vom Felicellus zu unterscheiden. Für die weitere Präparation wird die Schabe mit der ventralen Seite, also der Bauchseite, in die Wachsschale gelegt. Die Schabe wird nun von lateral, dextral, also auf der rechten Seite, aufgeschnitten. Dazu wird die Schere kaudal in die Genitalöffnung eingeführt. Das Präparat wird nun entlang der Seitenkante bis zum Hinterende des Kopfes aufgeschnitten. Die Schabe wird nun ein, das Schabalat wird nun ein, das Schabalat wird nun ein, das Schabalat wird nun ein. Beim Aufschneiden der Schafe ist es wichtig, die Schere nicht zu tief einzuführen und vor allem nach außen, also vom Präparat weg, die Schere abzuwinkeln und so zu schneiden und nicht in das Präparat hinein zu winkeln. Das Tier wird nun in der Wachsschale mit Nadeln festgesteckt. Unter Zuhilfenahme von Nadeln oder Prinzetten wird nun die Rückenplatte angehoben und die vorsichtig aufgeklappt. Anhand der Rückenplatteninnenseite lässt sich das Gefäßsystem untersuchen bzw. aufzeigen. Anhand des übrigen Präparats erkennt man die Atemorgane, die Tracheen. Diffuse, weiße Strukturen, die den ganzen Körper durchziehen, sind die Fettkörper. Musik 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 Das Rückengefäß ist auf der Innenseite der abgeklappten Rückenseite zu erkennen. Der vordere Teil im Thorax ist der Aortaabschnitt, der hintere Teil im Abdomen ist der Herzabschnitt. Musik Nun wird der Fettkörper fertiggestellt. Man wird den Verdauungskanal vorsichtig aus dem Präparat gelegt. Danach erkennt man das Tracheensystem. Musik 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 Die silbrigen Strukturen, die wie mit Luft gefüllt scheinen und das ganze Tier durchziehen, sind die Tracheen. Musik 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 Im weiteren wird der Verdauungskanal betrachtet. Gut zu erkennen sind auch die starken Strukturen des Tracheenstamms. Der Pharynx bildet den ersten Abschnitt des Verdauungskanals. Mit diesem assoziiert sind die Speicheldrüsen. Nach dem Oesophagus der Speiseröhre folgt der Kropf, der Kaumagen, der Mittel und schließlich der Enddarm mit dem Rektum. Der Kaumagen ist muskulös und hat die Form eines nach hinten gerichteten Kegels. Im Kaumagen sind sechs dunkelbraune, stark sklepotisierte Zähne und die kräftige Muskelwand erkennbar. Drei der Zähne haben scharfe, nach hinten gerichtete Spitzen. Die anderen sind mehr abgerundet. Der Kaumagen hat die Aufgabe, die importionsweise aus dem Kropf zugeführte Nahrung feiner zu zerteilen, wobei er gegen den Mitteldarm fast abschließt. Die Nahrung wird dann an den Kropf zur weiteren chemischen Verarbeitung zurückgegeben. Schließlich öffnet sich der Verschluss des Kaumagens gegen den Darm und der Nahrungsbrei kann in den Mitteldarm eintreten. Der Mitteldarm ist nur kurz. Sein vorderes Ende wird durch acht relativ dicke, sezernierende und resorbierende Blinddärme gekennzeichnet. Am hinteren Ende des Mitteldarms befinden sich gegen 100 feine Schläuche. Diese Schläuche sind grau-gelb-grünlich. Es sind die bereits in den Entern mündenden, als Exkretionsorgane dienenden malpigischen Gefäße. Auch die malpigischen Gefäße enden blind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun können zur weiteren Betrachtung die Nadeln entfernt werden. Normalerweise sollte man das Präparat sofort nach der Eröffnung gänzlich mit Wasser bedecken, um ein Austrocknen zu verhindern. Für die bessere Qualität des Videos wurde hier allerdings darauf verzichtet, um Spiegelungen zu vermeiden. Um das Präparat noch besser zu begreifen, wird es in die Hände genommen und detailliert betrachtet. Alle Schritte können auch unter dem Stereo-Mikroskop stattfinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Verdauungskanal wird nun mit einer Schere entfernt. Nun kann die Präparation der einzelnen Abschnitte wie die Präparation des Kaumagens erfolgen, um die zahlähnlichen Chintinstrukturen unter dem Stereo-Mikroskop zu betrachten. Dazu wird der Kaumagen längst aufgeschnitten. Die weiß-buschigen Anhangstrüsen können ebenfalls unter dem Stereo-Mikroskop genauer betrachtet werden. Surely, es gibt auch viele ZDF für funk. Also, esistirigажи auch mit einer Schereo-Mikroskop. Bis zum nächsten Mal! So, es ist die Nacht tie-zogen. ganska Appearnung. Es folgt die Präparation des Kopfes und der Mundwerkzeuge. Dazu wird der Kopf mit einer Schere am Pharynx abgetrennt. Die Mundwerkzeuge lassen sich auch in situ erkennen, ebenso wie die Antennen. Die Facettenaugen können unter dem Stereomikroskop genauer betrachtet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die sechs Mundwerkzeuge werden nun mit der Uhrmacherpinzette herauspräpariert. Dazu die Pinzette gut festhalten, drehen und ziehen, um die Mundwerkzeuge zu lösen. Die Mundwerkzeuge werden aufgehoben und können unter dem Stereomikroskop später genauer betrachtet werden. Die Mundwerkzeuge werden aufgehoben und können untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Mundwerkzeuge werden aufgehoben. Die Mundwerkzeuge werden aufgehoben und können untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Weibchen kann mitunter eine große Orothek, also ein Eilpaket, verbergen. Um die Orothek genauer zu betrachten, präparieren wir nun, wie bereits gelernt, ein weibliches Tier. Schnell fällt die große gelbliche Struktur auf, die Orothek. Diese wird herauspräpariert. Die Orothek wird vom Weibchen zunächst ausgestülpt und dann wieder gedreht eingezogen. Die Orothek wird bis zum Schlüpfen der jungen Nymphen herumgetragen. Schaben sind Ovovivipa. Die 30 bis 40 Nymphen verlassen die Orothek nach ca. 50 bis 60 Tagen. Schnell fällt die große gelbliche Struktur auf, die Orothek. Diese wird herauspräpariert. Die Orothek wird vom Weibchen zunächst ausgestülpt und dann wieder gedreht eingezogen. Nachdem die Nymphen geschlüpft sind, durchlaufen sie 7 bis 8 Nymphenstadien. Schaben sind hemimetabol. Eine Metamorphose erfolgt nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017